Bedeutung der Verkündigung des Evangeliums, Jesus Christus ließ seine Mahlzeit aus, um das Evangelium zu predigen, Jesus Christus ließ seine Mahlzeit aus, um das Evangelium zu predigen. Er betrachtete jede Gelegenheit, die sich ihm bot, um das Evangelium zu predigen, als einen Schatz, und er maximierte sie, um Gottes Reich zu bevölkern. Als seine Jünger ihn überredeten, Nahrung zu sich zu nehmen, reagierte Jesus, ich habe etwas zu essen, von dem sie nichts wissen. Deshalb sagten die Jünger zueinander, hat ihm jemand etwas zu essen gebracht? Jesus sagte zu ihnen, meine Speise ist den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende zu führen, Ju 4, 32-34. Lektion, Kinder Gottes sollten sich darauf konzentrieren, Gott jederzeit und um jeden Preis zufrieden zu stellen. Wir sollten von unserem Meister Jesus Christus lernen, der sein Amt nie gegen einen anderen Wunsch eintauscht. Er ließ sogar Mahlzeiten aus, um das Evangelium zu verkündigen, Johannes 4, 32-34, er verzichtete auch auf gelegentliche Ruhepausen. Die Zeit wartet auf niemanden. Und jedes Kind Gottes sollte jede Gelegenheit als den besten Zeitpunkt für die Verkündigung des Evangeliums betrachten. Es mag nie eine perfekte Zeit zum Verkündigen des Evangeliums geben, deshalb muss jede Gelegenheit genutzt werden. Von jedem Christen wird verlangt, allen Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkündigen, ob die Zeit günstig ist oder nicht. Die Schrift betont die Notwendigkeit, das Evangelium zu verkündigen, 2. Timotheus 4, 1-5. Gott behält seinen ausgiebigen Segen für jeden vor. Der fleißig anderen Menschen das Evangelium Christi predigt. Das Gebet, lieber Gott, bitte ermächtige mich, das Evangelium zu jeder Zeit zu predigen, ob es mir passt oder nicht. Hilf mir, die Notwendigkeit der Evangelisation zu verstehen, und hilf mir, das Evangelium zu deiner Zufriedenheit zu evangelisieren. Salbe mich mit Gnade, damit ich das Evangelium so erklären kann, dass es für dein Reich positive Belohnungen bringt. Wenn ich das Evangelium verkündige, sollen Nichtchristen ihren Glauben Jesus Christus unterwerfen und gerettet werden. Bitte segnen Sie mich außerdem und lassen Sie mich den gebührenden Lohn für die Befolgung ihrer Anweisungen erhalten. Denn im Namen Jesu Christi stelle ich meine Bitten. Amen.